servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es findet ja aktuell wieder das liebe liegt in der luft valentinstags event statt und da gibt es gute neuigkeiten für alle mount sammler denn die liebesrakete ist ein sehr sehr beliebtes mount wie man weiß und die anforderungen dafür wurden von blizzard reduziert was genau dahinter steckt erkläre ich euch im video wenn euch das ganze gefällt lasst ein like da und lasst ein abo da und damit starten wir rein ins video letzten endes alles was ihr tun müsst ihr habt den event boss hier das sind diese drei apotheker die ihr umprügeln müsst um eine chance auf das mount zu haben dafür meldet ihr euch ganz einfach hier über den dungeon browser an bild hier chemie manufaktur krone aus und ab geht die wilde fahrt wenn ihr die dann besiegt habt sowie jetzt bekommt ihr einmal eine herzförmige schachtel und wenn ihr den boss looted bekommt ihr hier auch so ein bisschen parfüm das sind buffs die immer so weiter verwenden könnt und interessant ist aber die herzförmige schachtel denn da kann mit etwas glück das mount drin sein welches wir uns jetzt mal angucken können so rakete die große liebesrakete also ich finde sie ziemlich ziemlich cool und hätte sie sehr gerne bekomme sie aber seit jahren nicht jetzt ist es so dass die herzförmige schachtel ursprünglich nur von chars auf level 60 geöffnet werden konnte das bedeutet dass die möglichkeit sie mit niedrigstufigeren twings zu öffnen nicht mehr gegeben ist jetzt hat blizzard das ganze gefixt und ihr könnt die schachtel auch mit chars ab level 50 aufmachen bedeutet dass ihr mit allen twings die mindestens level 50 sind die chance habt dieses mount zu ergattern ihr könnt mit jedem char einmal pro tag so eine schachtel erhalten so und in der regel habt ihr kein mount drin sondern diese zeichen der liebe dafür könnt ihr euch dann beim event händler beispielsweise gegenstände kaufen interessant ist die meldung wie gesagt hauptsächlich für mount sammler ich habe beispielsweise weil sie nicht 12 13 chars auf level 50 und könnte jetzt theoretisch mit meinen 60ern zusammen 16 oder 17 mal den event boss abfarben und so meine chance auf das mount vergrößern das liebe liegt in der luft event geht jetzt genau zwei wochen endet am 22 2 um 10 uhr also wenn ihr die chance aufs mount wollt haut rein beeilt euch bevor es weg ist wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da lasst ein abo da und aktiviert die glocke und ich bedanke mich an dieser stelle fürs zusehen guckt auch beim nächsten mal wieder rein und bis dahin bleibt gesund und reingehauen bis zum nächsten mal wieder rein